Endlich gut schlafen. Mit diesem Tool, das ich dir jetzt vorstelle, kannst vielleicht auch du endlich wieder gut schlafen. Hi, hier ist Matthias von die Praxis Family. Ja, Schlaflosigkeit ist weit verbreitet. Viele von euch kennen das unter Umständen, dass man nicht einschlafen kann oder nicht durchschlafen kann oder irgendwie geplagt wird von Sorgen oder Ängsten oder Grübelein. Und wir haben ein Tool entdeckt, das wir schon seit längerer Zeit bei Patienten in der Praxis testen und auch dann empfehlen und das ist grandios und dabei handelt es sich um eine sogenannte Gewichtsdecke. Das bedeutet nicht, dass man sich jetzt mit einer dicken Decke zudeckt und einfach noch mehr oben drauf packt, sondern das sind Decken, in die schwerer Sand eingearbeitet ist. Also die sind sehr schwer, die wiegen zwischen 7 bis 15 Kilo, diese Decken. Und man muss dann schauen, je nachdem was man gebrauchen kann. Normalerweise ist der Tipp, dass Erwachsene ein bisschen mehr Gewicht nehmen können als Kinder oder Jugendliche. Bei Kindern sollte man aufpassen sowieso, da am besten mit dem Therapeuten sprechen. Grundsätzlich ist die Daumenregel, dass so zehn bis zwölf Prozent des Körpergewichts nicht überschritten werden sollten, aber das kann natürlich total variieren. Manche brauchen auch einfach ein bisschen mehr. Aber was soll das jetzt? Wieso eine Gewichtsdecke? Naja, es ist so, dass Studien herausgefunden haben, dass das Belasten des Körpers mit einem Gewicht macht einen tiefen Druck. Es gibt die sogenannte Tiefdrucktherapie, die dafür sorgt, dass im Körper Entspannung entsteht. Wir kennen das einmal von Massagen, aber auch von Umarmungen oder dem Kuscheln mit Tieren. Dadurch den tiefen Druck, den wir bekommen, entsteht im Körper Entspannung. Und das ist ein Effekt, der in der Biochemie im Körper dafür sorgt, dass mehr Serotonin hergestellt wird und Cortisol zurückgefahren wird. Und wenn man weiß, dass Melatonin, das ist ja das, was uns zum Einschlafen bringt, aus Serotonin gebildet wird, dann ist sehr logisch, warum die Decke es schaffen kann, dass wir besser schlafen. Und das wurde in mehreren Studien, wurde das getestet und wirklich auch bewiesen. Es waren 91 Prozent der Teilnehmer von den Studien haben allgemein gesagt, es geht ihnen ganz gut mit der Decke, sie finden die angenehm. Aber, und das ist jetzt wichtig, über 70 Prozent der Teilnehmer mit Schlafstörungen an den Studien haben eine Verbesserung ihrer Schlafqualität erfahren. Und das ist mal was, das ist enorm. Und es hilft nicht nur, wenn man jetzt Schlafprobleme hat, es hilft auch, gerade bei Kindern und Jugendlichen, wenn es um diese Hyperaktivität und Unruhe geht, oder sogar den Autismus und Asperger, da kann es den Schlaf von den Kindern massiv verbessern. Es hilft aber auch bei neurologischen Erkrankungen, Alzheimer, Demenz, so dass dort einfach Ruhe ins System reinkommt. Ja, wenn Ängstlichkeiten oder unangenehmes Gefühl da ist in beim Schlafen. Dann hilft es sehr, sehr gut auch bei Schmerzen. Man hat herausgefunden, dass bei chronischen Schmerzen diese Tiefdrucktherapie dafür sorgt, dass die Schmerzen gelindert werden. Das mag wahrscheinlich auch wieder am Serotonin liegen. Sehr, sehr angenehm auf jeden Fall. Also es gibt ganz viele Bereiche, wo diese Decke einsetzbar ist, wo man das probieren kann, wenn man sich irgendwie unwohl fühlt, aber vor allen Dingen bei den klassischen Schlafstörungen. Und wir haben die die Decke von Neventor getestet und empfehlen die auch gerne weiter. Wir finden die ist preis-leistungsmäßig super und hat eine gute Verarbeitung, aber es gibt auch andere Hersteller, da könnt ihr euch umschauen. Die, die wir gut finden, haben wir mal hier unten verlinkt in der Beschreibung. Ich kann es euch nur empfehlen, wenn ihr irgendwelche Probleme mit dem Schlafen habt, testet mal so eine Gewichtsdecke. Es gibt natürlich noch viele andere Dinge, die man beachten sollte, wenn man Schlafstörungen hat. Dazu haben wir schon mal ein Video gemacht, das verlinken wir gerne auch mal hier oben. Könnt ihr nochmal anschauen, aber die Gewichtsdecke ist wirklich so ein kleiner Gamechanger, der so ein richtiges tolles Gefühl macht und Spaß macht, das anzuwenden. Ja, wenn es euch gefallen hat, gebt uns einen Daumen nach oben, abonniert den Kanal, kommt uns bei Instagram besuchen, da zeigen wir euch, wie wir das Ganze in der Familie und intern regeln und wenn ihr Lust habt, folgt uns auf YouTube, auf Telegram, wir haben alles hier unten verlinkt. In dem Sinne, liebe Grüße, ciao, der Matthias. Bis zum nächsten Mal.